ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ja heute wollt ihr euch mal wieder eine kanalvorstellung machen das hatte ich ja einmal gemacht ich habe es aber muss ich sagen schleifen lassen das war glaube ich letztes jahr ende letzten jahres und ja da habe ich ja schon den nico vorgestellt lasst den guten mann auf jeden fall mal noch ein abo da wer jetzt das erste video verpasst hat er steht jetzt kurz vor den 100 macht mal die 100 voll da wird sich auf jeden fall freuen macht super videos guckt auf jeden fall mal rein super update videos hat auch seine sammlung gezeigt und so wollte mich auf jeden fall freuen ist schon ein guter freund von mir geworden und ja aber ja heute geht es ja nicht um nico aber wie gesagt lasst ihm ein abo da sondern heute wollte ich euch mal einen kanal vorstellen den ich sehr gerne schaue der eigentlich auch fast wie ich fast nur updates macht und ja und zwar ist das weixi smoothie channel habe ich auch damals zum zuvor eigentlich entdeckt das ist ich will seinen namen nicht sagen weiß nicht ob er das will mit denen ich auch bei whatsapp auf jeden fall schreibe und ja er kommt auf jeden fall aus österreich und kauft auch immer viel wie ich und machte meistens immer so pakete von dtm oder so und ja also ich kann euch den kanal nur empfehlen weixi smoothie channel heißt er so wird durchschrieben lasst ihn auf jeden fall mal abo da er hat jetzt 364 er hat jetzt ein bisschen schleifen lassen aber ja hat auf jeden fall auch coole coole videos gemacht update mäßig und so also er sammelt auch fest hauptsächlich nur amways deswegen wisst ihr wahrscheinlich dass ich da auch immer mal guck wie sagt ihr auch gnadenlos den ich zum beispiel auch noch nicht habe der mir noch in der sammlung fehlt aber wie sagt schaut mal auf jeden fall vorbei wenn ich jetzt mal nicht so viele videos habe guckt da mal vorbei auch sehr geile updates wie ich finde und ja das soll jetzt für die zweite kanal empfehlung auf jeden fall sein die dritte ist auch schon in planung habe ich aber habe ich auch schon jemanden den ich da erwähne und ja derjenige wird es ja dann sehen und ja könnt ihr mir unten schreien schreiben kennt er schon weixis movie channel wenn nicht lassen abo da und da wollte ich sagen wir sind zum nächsten video bis dann und ciao